Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Townie-Makeover für die Familie Delgato. Die leben in Brindleton Bay, was also mit dem Erweiterungspack Hunde und Katzen dazu kam. Und ich denke, die meisten werden diese Familie nicht unbedingt kennen, weil das jetzt eine der weniger Bekannten ist. Aber ja, ich finde, dass ich aus denen was ganz Gutes gemacht habe. Aber ich hätte mir auf jeden Fall Mühe gegeben, weil ich finde auch, dass die jetzt nicht unbedingt die hübschesten von allen Townies sind. Was jetzt nicht heißt, dass sie hässlich sind, okay? Aber ich finde, ich habe noch was etwas Besseres aus ihnen gemacht. Und ja, ich meine, das sieht ja jeder anders. Vielleicht sagen auch einige, dass sie vorher auch alle total schön waren. Ähm, ich fand es jetzt nicht so toll. Aber, ja, wie gesagt, jeder hat da ja seine eigene Meinung. Und ja, ich habe natürlich wieder versucht, den ganzen so seinen Stil ungefähr so beizubehalten. Zum Beispiel habe ich ihr jetzt halt wieder Zuhörer gegeben, weil sie ja auch eine Zuhörer getragen hat am Anfang und so weiter. Und dass sie halt denen wieder eine Brille gegeben hat. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe dem Kleinkind, ähm, ich weiß den Namen nicht, kein Plan, äh, habe ich keine Brille gegeben, obwohl es eigentlich eine hat. Weil es, ich habe halt keine Custom-Brillen, also keine Custom-Content-Brillen für Kleinkinder. Und ich fand, das sah irgendwie ein bisschen unpassend aus. Also irgendwie, keine Ahnung, ich mag die Brillen für Kleinkinder nicht. Aber das ist die Supriya und ich finde, sie ist sehr, sehr schön geworden. Mir gefällt es sehr gut so. Ich finde, das sieht halt auch so still nach so einer Mama aus und so. Und keine Ahnung, mir gefällt sie einfach sehr gut so. Und, jo. Dann, ähm, jo. Dann hier habe ich so ein bisschen gestruggelt, weil ich nicht wusste, was will ich ja nicht genau mit ihm so anfangen in seinem Leben. Aber ich habe ihm so Grünchen gegeben, weil ich dachte so, das ist vielleicht ganz cute. I don't know. So, irgendwie fand ich, dass es irgendwie zu ihm passt. I don't know. Aber, jo. Keine Ahnung. Irgendwie macht es ihnen das halt so ein bisschen cuter. Ähm, jo. Dann ist mir die Entscheidung für den Bart ein bisschen schwer gefallen. Aber letztendlich habe ich dann noch was gefunden, was irgendwie zu ihm passt. Weil er hatte jetzt ja vorher auch nicht so den krassesten Bart. Aber ich wollte ihm trotzdem halt so ein bisschen was geben. So, you know. Aber, jo. Ich fand, das ist ganz passend gewesen. Und, jo. Da war ich mir halt auch unsicher, was ich ihm so geben soll an Kleidung. Habe ich das eigentlich für diese Jacke hier entschieden. Keine Ahnung. Irgendwie hat das so am besten gepasst, meiner Meinung nach. Und keine Ahnung. Irgendwie... Eigentlich wollte ich erst was anderes ausprobieren. Aber irgendwie hat das dann nicht so ausgesehen, wie ich es wollte. Ähm. Deswegen, jo. Aber ich denke, das ist ganz gut so geworden. Ich finde, er sieht auch ziemlich cool aus. Er sieht jetzt nicht unbedingt aus, wie der Pfarrer. Obwohl das ja eigentlich der Pfarrer ist, oder? Ähm. Er sieht eher aus wie der Sohn. So Teenager-mäßig. Aber... Naja. Das... Er hat sich einfach jung gehalten. Ich weiß es gerade wirklich nicht, ob es unser Vater ist. Aber ich glaube schon. Ähm. Ja. Dann geht's weiter mit dem kleinen Kind hier. Efi heißt sie. Ja. Also ich habe jetzt nicht so krass auf die Namen geachtet, so. Weil ich meine, ich habe jetzt nicht so viel mit diesen Sims zu tun. Äh. Da gibt's Sims wie zum Beispiel Bella Goff. Wo man die Namen halt einfach weiß. Ähm. Aber ja. Das ist jetzt bei denen nicht unbedingt der Fall. Ne. Also ich meine, alle aus Brunton Bay sind jetzt nicht krass bekannte Namen. Ähm. Ich meine zum Beispiel die Hacking-Familie. Ist halt maximal bekannt. Weil es ist Brand und Brand. Und die sind schwul und haben geheiratet. Das ist halt vielleicht nochmal ein bisschen besonders. Das hier ist halt so eine typische Familie halt. Die halt noch zwei Tiere haben. Die habe ich übrigens auch nicht irgendwie anders gemacht. Die sind halt so geblieben. Weil. Keine Ahnung. Ich habe halt auch kein Kassel-Content mehr für Tiere. Deswegen dachte ich so. Dann lasse ich es halt. Sonst hätte ich denen vielleicht was gegeben. Ja. Und die kleine Efi finde ich auch ganz süß. Ich finde das passt. Sehr, sehr gut. Wird es so eher. Keine Ahnung. Irgendwie dieses. Es hat halt still diesen Vibe von Hunde und Katzen. Wegen dem Oberteil halt. Weil da halt eine Katze drauf ist. Wow Jenny. Wow. Ich bin so stolz auf dich. Ähm. Ne. Aber ich mag sie halt sehr gerne. Also ich finde sie ist ganz süß geworden. Sie hat halt auch eine gepflegtere Frisur bekommen. Weil ich mir dachte so. Ja. Glaub nicht, dass sie so unbedingt rumlaufen würde. Beziehungsweise dass ihre Eltern sie so rumlaufen lassen würden. Deswegen. Ja. Habe ich mich dann damit so entschieden. Ja. Also bei Jungs. Im Kindesalter fällt es mir immer schwer. Was ich denen für eine Frisur geben soll. Weil bei den Townie-Make-Overn möchte ich denen ja auch halt CC-Frisuren geben. Aber halt als Maxis-Match und nicht als Alpha. Und ich habe halt einfach kaum Maxis-Match-Frisuren. Wenn ihr irgendwelche empfehlen könnt für Kinder, Jungs, sorry. Dann bitte macht das. Und ich habe still nicht unbedingt die besten Posen für Kinder. Und dann muss ich mich auch nochmal ein bisschen erkundigen. Auf jeden Fall. Das ist die Familie Delgado. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.